Ja hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Remember Me. Wir haben in der letzten Folge das Boss-Battle hier verkackt, sag ich einfach mal. Und jetzt befinden wir uns wieder mittendrin. Und wahrscheinlich werden wir wieder verkacken. Nein, Spaß. Ich versuch's mal jetzt. Ich bin jetzt eigentlich auch ganz gut durchgekommen durch das Ganze, dadurch, dass ich ein paar Fähigkeiten auch mal genutzt habe und die nicht die ganze Zeit aufspare. Aber wie man sieht, hab ich jetzt gar keinen Fokus-Boost mehr, was natürlich auch nicht unbedingt vorteilhaft ist an dem Punkt. Aber mal sehen. Wird schon okay sein. Guck mal, jetzt haben wir wieder ein bisschen Fokus. Das ist doch okay. Also jetzt könnten wir theoretisch schon mal nutzen. Ich könnte theoretisch... Also einen von denen könnte ich so oder so ausschalten durchs Unsichtbarsein. Nehmen wir einfach mal von denen hier welche. Denn dadurch kriegen wir dann keinen Schaden. Das ist gut. So, jetzt waren's schon... Jetzt sind schon mal nur noch drei. Das ist gut. Jetzt machen wir den noch fertig. Können wir nämlich ein bisschen Fokus-Boost sammeln. So. Ich glaube, ich hab mich das letzte Mal vielleicht auch einfach nur ein bisschen doof angestellt. Und wie gesagt, das ist auch immer ein Problem von mir, dass ich dann immer ein bisschen zu lange brauche, bis ich irgendwelche Sachen nutze, irgendwelche Fähigkeiten. Weil ich könnte das ja theoretisch sofort machen. Jetzt zum Beispiel auch gerade. Ja, Bombe hat ja nicht funktioniert bei denen, ne? Ja, das ist blöd. Aber nehmen wir die Raserei, ne? Ganz simpel. Komm schon. Nein. Oh, shit. Oh, ich hab wenig Leben. Ich hab wenig Leben. Das könnte doch mal... Das könnte ich jetzt doch nochmal verkacken. Aber wirklich sehr gut. Nein, nein, nein. Oh. Oh nein, ich hasse das. Warum mach ich so wenig Leben? Ah, ich hasse die Teile hier. Weil man kann kaum zuschlagen. Ich glaub, man muss die erst immer einen anlaufen lassen oder so. Oh, wär ich doch mal zuerst auf die gegangen. Statt auf den anderen. Weil der hat mich jetzt ja automatisch ein bisschen beschädigt hier. Ja, und bin tot. Geil, nochmal machen das Ganze. Ja, es macht sehr viel Spaß, der Bosskampf. Ich merk das schon. So, da sind wir wieder. Nochmal an derselben Stelle. Mal sehen, wie oft ich hier noch sterben werde. Aber ich hab diesmal wieder ein paar mehr Power-Ups, sag ich mal. Und die werd ich natürlich auch nutzen. Ich guck jetzt mal, ob ich die Sensen-Tarnung tatsächlich auch nehmen kann bei diesen Leuten hier. Tatsächlich, okay, dann schalte ich lieber einen von denen aus, weil die sind deutlich nerviger. Warum auch immer. Normalerweise sollten die nicht so schwer sein. So, jetzt könnte ich natürlich sagen, gut, ich warte jetzt einfach ab, bis ich die Fähigkeit nochmal habe. Aber ich könnte natürlich in der Zeit auch schon mal noch was anderes versuchen. Weil 160 Sekunden warten, steht nicht ganz in meinem Interesse. Das heißt, ich versuche lieber nochmal auf den rauf zu gehen jetzt. Aber wie gesagt, ich glaube, die Taktik hinter denen ist wirklich, dass die zu einem Chargen müssen. Dann sind die ausgeschaltet so lange. Aua. Ach, der soll mal die Schnauze halten, der Alte. Mal sehen, wann wir uns den, ne, mal sehen, wann wir den mal umbringen. So. Guck mal, die verteidigen sich halt auch die ganze Zeit. Das ist echt nicht nett. Ja, mich juckt ziemlich wenig, was Charles' Traum war. Jetzt habe ich mir selber kurzer Schaden zugefügt. Wie gesagt, die möchte ich eigentlich mehr. Ich warte jetzt wirklich einfach die Zeit ab, ne, ganz ehrlich. Ich warte jetzt einfach noch eine Minute. Was soll's. Weil, Raser... Aua. Weil, Raserei bringt nichts. Also nicht so wirklich. Ja, das Einzige, was bringt es wirklich, einfach nur die Sensentarnung. Was anderes brauche ich gar nicht erst einsetzen, theoretisch. Und der chargt mich währenddessen noch ein paar Mal. Einfach im Kreis laufen. Das klappt schon. Einfach die gute alte X-Mix... Äh, X-Mix-Taktik. Na komm, charge mich nochmal. Na komm. Ah ja. Gut, 20 Sekunden noch. Die werden wir ja wohl aushalten. So. Zehn Sekunden. Und die anderen, die sollte ich dann mit einer Raserei ziemlich einfach rausschalten können, theoretisch. So, einmal kann er mich bestimmt nochmal anchargen. Nö, nicht mal das. Okay. Gut, weg mit dem. Oh, wo ist sie denn hin? Wo ist sie denn hin? Mein Kleinschädel kann nicht herausfinden, wo sie hin ist. So. Gut, jetzt haben wir die. Was mich jetzt mal interessieren würde, man kann wirklich keine Bomben an dir anbringen. Mir war aber mal so, ne? Hm. Na dann. Versuch ich's mal. Komm schon. Ich nehm natürlich wieder sehr viel Schaden, muss man dazu sagen, ne? Aber das ist okay. Zu nem gewissen Grad ist das okay. Weil ich nehm ja trotzdem ein bisschen Leben dazu, wenn ich die verkloppe. Auch wenn's nur minimal ist. So, Raserei ist tatsächlich schon wieder fertig. Oh. Ja, weil ich so viele Kombis mache, ne? Er ist erst weg. Und zweiter sollte es auch sein. Sehr gut. Tja, was sagt er jetzt? Och, nö. Warum mussten wir auch genau auf der Mittelplattform stehen, die zufälligerweise ne Falltür ist? Ich fühl mich hier wie bei Mr. Burns. Niemand verhindert, dass ich meine Arbeit beende. Und du, Gedächtnisjägerin, wirst nicht länger. Oh, schön. Endlich ist der auch mal tot. Tja, Quaid. Wie fühlt es sich an, Darth Maul zu sein, sozusagen? Gut, schauen wir uns erst mal den neuen Schlüssel an. Ähm. Hier. Nee, warte da. Kombo-Lab. Ich vergesse immer, dass man da reingehen muss. Ja, und wir brauchen eigentlich Y. Haben wir auch. Okay, sehr gut. Ich wollte nämlich gerade sagen, haben wir überhaupt eine Y zur Verfügung? Aber doch haben wir sehr gut. Also. Bestätigen. Denn das wollen wir ja schließlich in dieser ziemlich großen Kombi haben. Auch wenn ich die großen Kombis eh nie mache. Weil die werden irgendwie nicht ganz erkannt, irgendwie manchmal. Und das ist komisch. Dementsprechend, ja. Je nachdem. Jetzt können wir noch ein X holen. Und dann sind wir ja schon mal... Zwei Schritte näher an der Ultra-Kombi. Obwohl, die können wir, glaube ich, jetzt sogar schon nutzen. Auch wenn die noch unvollständig ist. Ich glaube, nur in der Mitte darf nichts fehlen. Naja. Aber ja, das hat mich jetzt sehr an Star Wars Episode 1 erinnert. Den Kampf zwischen Obi-Wan, äh, Qui-Gon Jinn und Darth Maul. Hatte sehr was davon. Ach man, ich... Ich muss echt mal wieder Episode 1 bis 6 gucken. Ist eigentlich immer so ein jährliches Ritual von mir. Aber das habe ich letztes Jahr nicht geschafft. Und ich... Ich muss es mir dieses Jahr unbedingt vornehmen. Und nicht nur vornehmen. Ich muss es machen. Kurz gesagt. Weil gerade Episode 1 bis 3 sind einfach super. So, Quaid. Haben sie es überlebt? Oh, warte. Was? Was macht dein Bad Request dort? Wusste nicht... Ich wusste nicht, dass der auch hier runtergeworfen wurde. Na ja, Quaid ist tot. Nimm das, nimm das, nimm das. Nimm das in deine hässliche Fresse. Hätte auch eine komische Frisur gehabt, ne? Ich wusste nicht, ob das wegen Haarausfall war oder ob er die wirklich so gerne so trägt. Ja, der ist tot. Danke, Gedächtnisjägerin. Danke für das Öffnen der Türen. Johnny Green Teeth. Sie waren nicht nur das Subjekt eines... Ah, der ist das. Oder? Dr. Green? So leer. So wahr. Die Vergangenheit ist ein fremdes Land. Ich sorge dafür, dass jeder erfährt, was dir hier angetan wurde. Wir waren Monster. Aber wenigstens waren wir frei. Er wollte uns zu seinen Sklaven machen. Quaid ist tot. Es ist vorbei. Code Schwarz. Authentifizierung akzeptiert. Selbstzerstörungssequenz eingeleitet. Ja. Es ist vorbei. Sebastian hat bezahlt. Jetzt bist du dran, Gedächtnisjägerin. Dann gehört es mir. Und dieses ganze Grauen wird von den Flammen verzehrt. Ach nee, nicht noch ein Bosskampf. Ich habe doch gerade einen hinter mir. Aua. Schickelt mich in ihr. Ach, nö. Wieso denn noch einer? Ich habe gedacht, ich kann jetzt mal ein bisschen entspannen und so, ne? Aber das ist anscheinend, das wird mir nicht gegönnt. Das sehe ich schon. Schlimm ist, ich habe auch richtig wenig Leben, ne? Aua. Das hat nicht gut getan. Wie wäre es, wenn wir denen mal eine Bombe ran machen? Oh, ich kann gerade keinen anderen auswählen, weil er mich gerade in die Enge dringt. So. Lass uns die mal ausschalten schon mal. Den hat es, glaube ich, auch getroffen. Ach, der holt immer wieder neue dazu. Weißt du was? Warte mal. Ah, jetzt war er eben kurz sichtbar. Jetzt hätte man ihn theoretisch... Warte mal, Bad Request ist dazwischen, oder? Der sieht zumindest so aus gerade. Oh Gott, das wird ein schrecklicher Bosskampf. Ich habe gar keine Lust darauf. Ich habe gedacht, ich kann jetzt mal ein bisschen entspannen. Brauchen wir so eine bestimmte Entspannung nach dem Bosskampf. Und die wird mir hier nicht gegönnt. Zwar Quaid ist so tot. Ja, schön und gut, ne? Freut mich natürlich, aber... Welche Entspannung nennt man das auch nicht. Ja, das freut mich für dich. Ich sehe dich auch. Tatsächlich. Mann, ich kann den auch nicht abschießen, ne? Der wird dann immer mehr Leute dazu holen, aber... Ich kann dagegen sehr wenig machen. Jetzt. Oh, den hat er übrigens schon mal abbekommen, den Schlag jetzt. Am besten ist es wirklich jetzt voll heilen an diesen... ...sag ich mal weniger starken Gegnern. Der rastet aus schon wieder. Der alte Sack. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie Dr. Green Tiefen nicht aussehen würde ohne Ghoul-Zustand. Das ist bestimmt der alte Sack eigentlich. Ah, Mist, war nicht voll. Oder? Was? Was von? Hm. Ich meine, solange er nur die Gegner holt, geht's noch. Weil an den kann ich mich, wie gesagt, sehr gut hochheilen. Der schlägt immer nur einmal zu mit seinen Salatfingern. Apropos Salatfinger. Ich habe gesehen, Salatfinger ist 20 Jahre alt geworden letztens. Das ist insane. Falls das jemand von euch kennt. Eine alte Flash-Animation. Ah, Mist, Mann. Den wollte ich gar nicht treffen. Das ist doch einfach nur ein Unschuldiger. Theoretisch. Aber warum wird der jetzt, ne? Das ist wieder so ein typischer Antagonisten-Shit, ne? Der denkt sich so, ach, naja, wir schalten Quaid aus. Wir denken so, oh, der ist tatsächlich auf unserer Seite. Und dann kommt auf einmal, jetzt bist du dran. Ja, danke dafür. Tu erst mal noch so, als ob du hilfst. Aber wie gesagt, gut ist, dass wir die ganze Zeit die Balance ziemlich gut halten können. Dadurch, dass wir halt uns immer mal wieder an diesen Gegnern hochheilen können. Das ist sehr angenehm. Ja, wäre schön, wenn du gesichtslos wärst, weil der hat eine ziemliche Gesichtsgrätsche. Ja. Jetzt werden wir uns nochmal eine Bombe schnappen. Na komm. Weg damit. Das Gute ist, er ist davon auch immer mal wieder getroffen. Das ist durchaus sehr vorteilhaft. Gerade mitten im Schrei, glaube ich, erwischt. Den alten. Okay, der holt wirklich immer nur die Gegner. Das ist angenehm. Wenn wir den oft genug abschießen, sag ich mal, dann müsste der doch bestimmt auch irgendwann mal drauf gehen, oder? Würde ich mal schätzen. Würde es halt wieder mal, dass der natürlich auch mal wieder kein bisschen Dings besitzt. Kein bisschen Lebensbalken. Das ist immer sehr unangenehm dann. Ich habe gerade was gemacht. Das würde ich nochmal gerne ausprobieren, sobald er wieder zuschlägt. Das ist ja, glaube ich, immer verwundbar, sobald er zugeschlagen hat. Was er jetzt in der geben würde. Aber man ist, glaube ich, nicht schnell genug. Das war, glaube ich, nur Zufall. Naja, ne? Bosskampf halt. Soll man dazu schon sagen. Ah, Mist. Komm, wie viel steckt der ein eigentlich? Wie viel steckt dieser Typ ein? Könnte ich... Warte mal, ich bin gerade auch am überlegen tatsächlich. Könnte man den nicht theoretisch überlasten mit der Sensen-Power? Ich könnte es ja mal probieren, theoretisch. Sensen-Tarnung. Guck mal, er ist ja jetzt... Aktiv gewesen. Na toll, okay. Warte mal, das klebt da in der Luft. Aber ich kann es nicht aktivieren. Wait, was sehe ich denn da? Sollte ich das irgendwie bewegen? Ja, nur weil ich die Fähigkeit habe, nutze ich die jetzt mal. Ich kann die gar nicht an den Gegnern verwenden. Was, ne Verschwendung? Egal. So, warte mal, was kann ich hier machen? Gar nichts. Okay, das sieht einfach nur so aus, als könnte man da was machen. Shit. Ich natürlich nicht. Ich weiß halt nicht, ob das auf ihn schießen was bringt. Ich will's hoffen, ne? Weil er slixt mir oftmals in den Rücken. Wo kommen die überhaupt alle her? Er hat jetzt schon so viele herbeigerufen. Ich meine, klar, ne. Das war hier so ein Testzentrum, aber... Trotzdem. So. Na, ich hoffe mal nicht, dass der Bosskampf jetzt 100 Stunden geht. Da wäre ich kein Fan von. Weil was noch schlimmer ist, als ein schwerer Bosskampf, ist ein sehr, sehr langer. Weil dann fühlt sich Progress richtig schlecht an. Wenn man stirbt. Der zeigt sich so selten. Manchmal. Dann verschwende ich immer die Fähigkeit an was... Unnützen. Hm. Ja, guck mal. Da kann man doch Johnny betäuben mit. Ah, die Taktik kann ich nehmen. Ah. Ah, okay. Das muss ich also machen. Steh schon. Ignorier mal die anderen Gegner gerade. Kann mich eh wieder hochheilen gleich. Hoffentlich. Okay, wir nehmen mal die Bombe wieder. Aber okay, das hätte mir ja das Spiel... Stand das schon die ganze Zeit da? Bei mir kam es so vor, als ob ich das gerade das erste Mal gesehen habe. Hat der schon wieder betäubt. Oh, terminieren. Let's go. Äh. Oh Gott, ich musste gerade erstmal überlegen, wo die Taste überhaupt ist. Das kam mir gerade sehr komisch vor. Ich glaube, ich muss gleich spammen, oder? Halter. Hallo? Ekliger Slenderman looking like. Let's go. Und weg ist er. Ja, okay. Und wenn jetzt hier noch ein paar Leute kommen... Johnny, befall die Zerstörung der Laboratorien. Alles wird in die Luft fliegen. Du musst raus hier. Was ist mit Bad Request? Ist der jetzt einfach tot? Ist er uns egal? Ist das nicht unser Bruder? Naja, gut. Dann flüchten wir mal, ne? Hoi, 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 hoi. Zwei Kämpfe hintereinander. Das ist auch so eine Sache, ne? So was ist immer sehr gewagt von einem Spiel. Weil an sich... Ja, schön und gut, ne? Aber... Ich hab mal das Gefühl, dass der Spielspaß da ein bisschen verloren geht, wenn man zu viel... Ich mein, gut, Elden Ring Spieler oder Dark Souls Spieler würden jetzt sagen, ach so, das ist doch der Standard. Aber wenn man solche Spiele normalerweise nicht spielt, dann... Weiß ich nicht. Okay, wir können in den Sarg rein. Das fühlt sich ja an... Wir kommen wahrscheinlich auch wieder an der gleichen Stelle an. Das kann halt wirklich sein. Bad Request ist wohl gestorben. Ich danke seinen Opfern. Ah, er war ein Guter. Ich mochte ihn an sich. Ach Gott, dann flüchten wir mal mit dem Sarg. Wir werden wahrscheinlich wieder genau an der gleichen Stelle rauskommen, oder? Es wird sich wie nach Hause kommen anfühlen. Geisteswerk. Die Menschheit ist eine zerbrochene Reihe freier Menschen, die aufgrund ihrer Subjektivität isoliert wird. Oder sind, meine ich. Hm. Okay, erstmal kommt so eine Cutscene wieder. Der Brodem der Bastille hat sich verzogen. Ich sehe alles klar. Memorize, Sensen, die Leeper, die grausamen, geheimen Eckenheit. Experimente. Alles hängt zusammen. Denn Leeper oder der Vater, von dem ich nichts mehr weiß. Episode 7. Übrigens, ich weiß inzwischen, wie viele es gibt. Ich glaube, es gibt acht. Das verlorene Paradies. Ja, und das heißt, wir sind ja jetzt im vorletzten Kapitel gelandet. Oder in der vorletzten Episode. Mal sehen, wo wir uns jetzt aufhalten werden. Hoffentlich wieder im St. Michael-Bezirk. Oh, okay. Ähmnopolis. Okay, da waren wir noch nie. Hm. Na, ich bin mal gespannt jetzt. Das sieht sehr, sehr futuristisch aus. Finde ich aber erstaunlich, dass wir jetzt trotzdem nochmal einen neuen Spielbereich vorgeschlagen haben. Also, kennenlernen dürfen. So spät im Spiel. Ist auf jeden Fall interessant. Alles klar, Olga. Die haben wir auch schon seit Episode 2 nicht mehr gesehen. Aber nett, dass sie das macht. Naja. Wow. Was für eine Rekruten. Du hättest sie früher anheuern sollen. Okay, Konzentration. Finde den Zugang zum Hauptsicherheitsposten von Nemopolis. Okay. Ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Diese Folge war sehr viel... War sehr, sehr viel Kampfaspekt. Ich meine, gut, das könnte man theoretisch auch fast alle Folgen von Remember Me eigentlich beziehen. Aber diesmal waren es halt wirklich zwei Arena-Kämpfe hintereinander. Das heißt, das war also auch schon mal ein bisschen was anderes. Und, oh mein Gott, das sieht echt hübsch aus hier. Das sieht mich, das sieht cool aus. Aber ja, in der nächsten Folge werden wir dann den Eingang suchen. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaltet es jetzt mal wieder an, wenn es heißt Remember Me. Ihr habt noch einen wunderschönen, erinnerungsreichen Tag, lasst der Bewertung da. Wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.